Willkommen zurück zu Let's Play Saint-Gro the Third Remastered. So wir wählen die nächste Mission aus... Machen wir das. 3.300 Meter. Die Deckers sind ein größeres Problem, als wir dachten. Ich brauche etwas, um sie zu stoppen. Ich habe meine Analyse der Deckers-Netwerke und Infrastruktur und beobachte die notwendigen Prozess- und Hardware-Requirements, um ihre Hauptplanung zu erreichen. Ich habe wirklich hart gearbeitet und wusste, was wir brauchen, um die Deckers zu gehen. Ah, gut. Wo benötigst du mich? Ähm, mein Platz hat alle Daten. Ich glaube, du könntest hier kommen. Ich meine, das macht Sinn, oder? Ich habe dein Platz vor Kinsey gesehen. Nicht mein inneres Sanktum. Genau. So, dann fahren wir jetzt mal einmal über die ganze Map zu ihr. Und hoffentlich fallen wir auf den Weg dorthin. Nicht vom Motorrad, was wahrscheinlich passieren wird, weil ohne Unfall haben wir bis jetzt eigentlich noch keine Fahrt gehabt. Mit einem Motorrad zumindest. Mit einem normalen Auto, glaube ich, schon einmal mindestens. Ich bin dem aber auch so dumm hinten drauf gefahren. Was soll das denn nun? Hoffentlich kommt er noch ein Stück und überrollt den. Nach rechts. Ich glaube, wenn wir gegen so eine Lampe fahren, dann sollten wir nicht drunter fliegen. Das testen wir mal. Ne, das geht. Was war das denn? Oh, weg da, weg da, sagte ich. Nicht voll in den Weg fahren. Ach, ja... Oh, weg da, weg da, salted dich. Das war das Ganze funktioniert. Ich kann es. Wie? Something like this, that's one of the most powerful learning computers in North America. And Stagg's got one. Thanks for the tip, Agent Kensington. Dammit! Wait, that punk kid is mad. That punk kid is the cyber god who just crashed your helicopter. Cheers! His people are probably halfway to the computer by now. Go! Then, let's go. Oh, that's... Oh, yeah, well, I think we'd rather take this car here instead of our engine. I don't know if there are two cars here. But, so we're probably faster. Well, yeah. Kinsey, where's your computer? It's a fast PR center. Hurry! We got it! Enough! Oh, I'm sorry. Yeah, die können wir ja gerne töten. Wurden die jetzt hier über... Warum sind die plötzlich so viele? War doch vorher nicht so. Glaube ich zumindest. Ja, natürlich habt ihr diese Wand noch berührt. Ja, weg da! Auf was schießt du denn? Auf die Wand? Pack die Waffe rein. Ja, gut. Toll. Hab ich ganz toll gemacht. Wir sorgen dafür. Äh... Ähm... Also... Runter! Oh, da waren die. Wir gehen mal wieder auf unsere Spur. Wir müssen hier eh runter. Ich hätte, glaube ich, noch warten sollen. Naja, egal. Das Auto muss ja nicht unbedingt mit ankommen. Und weiter. Nur da vorne ist er schon. Wir sind da. So, ist er tot? Der ist tot. Und... Keine Ahnung. Irgendwer hat den noch vom Dach geworfen. So. Lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ist auch egal. Oh, ach ja. Okay, ich glaube, die hat sich in die Wand gebracht. Ja, hat sie. Glaube ich. Ne, doch nicht. Doch, wieder. Ist mir dann jetzt auch egal. Hauptsache, wir kommen rein. Ja toll, alles hier sind unsere Gegner. Alle hier sind unsere Gegner. Immerhin kämpfen die auch noch gegenseitig. Okay, das ist tot. Wie kommen denn hier? Ja, ja, ja. Ja, Job. Die Gegner laden mein Computer in der Garage. Geht, geht. Wie wüsst ihr das? Ich habe den Security-Feed. So. Tod. Tod. Kurz nachladen. Und weiter. Ich habe nicht nachgeladen. Begib dich zur Garage. Natürlich gab das Vielfalt-Schaden. Oh, da steht doch was sehr Schönes. Ach, dann holen wir sogar den. So. Hey, das wollte ich einfahren. Hm, naja. Oh, die können sonst. Entschuldigung. Toll, jetzt sind alle von uns tot. Wo bist du denn? Er versteckt sich da vorne irgendwo. Beschädige die Räder des Lasters. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel der aushält. Ich will den nicht treffen. Das ist irgendwas vorsichtiger. Wir fahren mal auf die rechte Seite von dem. Das hintere rechte Rad. Ja, voll drauf. Gut. Danke. Es ist nicht so einfach, ohne den ganzen zu zerstören. Eins noch. Äh, habe ich eins noch gesagt? Zwei sind dann noch übrig. Aber es ist nicht nur eine Sache, die du tun kannst, die ich nicht kann. Oh, ja? Ja, toll. Ich habe eine Zigarette. Äh, ist... Das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Vor allem, wenn die andere Person, die an dieser Laserkanone ist, auch die ganze Zeit noch da drauf hält und ihn aus Versehen trifft. Das macht es nicht einfacher. Okay, folgt den Auto auf der Straße, Kampan. Oh Gott, was zur Hölle machst du? Ich gehe nach dem Auto. Ich sage, nicht den Tink. Was, wenn wir nicht den Kampanen benutzen? Oh, Gizzy. Ich glaube, du verbringst dich. Nein, ich bin nicht. Du bist nur mit deinem Mund. Verrückst du, wie du bist. Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, du hast den Kampanen, nicht den Kampanen. Du denkst, sie ist verrückt? Und daneben. Okay, wir machen erstmal die linke Seite fertig. Es ist schwer. Oh. Irgendwas hat seinen rechten, vorderen Reifen sehr zerstört. Okay, äh. Der hinten rechts, der qualmt schon wieder. Es ist nicht so leicht, gerade an seinen hinteren rechten Reifen voranzukommen. Ich kann das so versuchen. Nein. Lass das. Kann man ohne den fahren? Ja, hör doch mal auf. Ja, vielen Dank auch. Man wird von seinem eigenen Team hier auch noch sabotiert. Der hat ihn gerade zerstört. Nicht ich dieses Mal. Dann sollte es dich also auch noch beeilen. Und tschüss. Und daneben. Hör doch auf damit. Warte, du wolltest noch rechts, oder? Nee, doch nicht. So. Warum machen einzelne Schüsse dem Reifen keinen Schaden? Das verstehe ich nicht. Ah, jetzt. Ein Reifen ist zerstört. Ja, gleich. Ja, so. Auf der rechten Seite noch haben wir qualmt auch schon wieder. Und gleich wird der mit dem Laser da drauf gehen. Ja. Ja. Vielen Dank auch. Wir könnten das schaffen, wenn der ihn jetzt nicht zerstört. Lass es, hör auf. Kann man irgendwo ausstellen, dass der schießen kann? Hä? Oh, Mann. So, du bist fertig, oder? Almost. Ich brauche einen Schraub. Ich gebe dir 50 Dollar. Schau dir einen schönen. Schau. Ich werde es alles erklären, wenn das Ding aufgebaut wird. Das verstehe ich jetzt nicht. Der Truck wurde zerstört, aber es ist geschafft. Es ist geschafft. Gut, dann ist es mir eigentlich auch relativ egal. Wir haben es geschafft, dann passt das so schon. Trotzdem komisch, dass es plötzlich einfach mal so geschafft ist. Gut. Nächste Aufgabe. Machen wir das, Konvoi. Das verstehe ich genauso wenig. Okay, stopp. Der ist doch ein bisschen weit weg. Und jetzt sind die auch wieder alle weg. Ich glaube, wir sollen uns später hin. Dann machen wir das. Weil dann müssen wir einfach nur wieder dort vorne hin. Wie lange wird es sein? Depends, wenn... Ich will es wieder erklären, real slow. Ich will es, dass ich... A Nemo-Chair, natürlich. A what-Chair? Nemo, Neurological Electromagnetic on the Aeroscope. The KGB destroyed the only one in existence. The Deckers have one. Impossible. How could they miss the signal? They're keeping it here. Clever. Okay, nerd time is over. What is this thing? And Kinsey, for fuck's sake, keep it simple. I need the chair to stop the Deckers. Thank you. Let's take a seat. Let's take a seat. Come on. 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 Once we get to the nuclear plant, I need to cut the external power link to the main building. Why don't we just run in and take the chair? Well, we could. If you want, I'll use the circuitry to fry as we try to disconnect it from the power grid. Probably not the best idea. Yeah. Oh, oops. Den habe ich nicht gesehen. How about some music? No thanks. Come on. Some techno or dump step? That's what the kids like, right? Not interested. You don't like easy listening shit, do you? God no. Then what? 80s world? Death metal? Hardcore gangster rap. Get the fuck out. Oh, was war das? Achso, da waren Steine. Die habe ich hinter dem Busch nicht gesehen, natürlich. Ups. Genauso wenig, wie ich den gesehen habe. Was war das denn? Plötzlich war die Luft zu sehr im Weg. Gut, dann fahren wir zuerst zu dem dort vorne. Ich finde, ich fette jetzt auszusehen in so'n Fahrzeug lang. Was stimmt so wohl auch mal? Wenn ich die schon anschieße? Nicht reden. Arbeiten. Okay, man kann ja keinen Schaden machen. Was soll das? Die Polizei ist gar nicht weiter. Achso, das ist gar nicht Polizei. Ey, das seid ihr. Mein Training gibt mir eine Vorteile. Ich will alle meine Fahrzeuge in so'n. Und los. Leider leben beide noch. Oh, verdammt. Ja toll, ich hasse diese Masken. Ja, okay. Ja, ja, ja. In dieser Mission jetzt schon vier oder fünf Mal gegen... Ich bin verschiedene von diesen Masken gefahren. So. 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 Wo geht's in da? Diese Dinge nehmen Zeit. Sie sollte mir die zu tun haben. So. Mal umfallen. Achso, hä? Achso, die war zudrückt. Ich dachte, die wären nur halb da. 2 nach. Die letzte, die letzte und wir im Geschäft. So. So. Steck ein. Kann ich so richtig fahren? Irgendwas hängt glaube ich unter uns. Oh ja, da hängt ja wirklich was. Ah, ist schon gut so. Das schaffen wir. Kann das mal irgendwer abkratzen? Da klebt was unter dem Fahrzeug. Oh, ähm. Der Kopf ist falsch. Bei dem da unten. Jetzt verschwinde. Wir nehmen ein anderes Fahrzeug. Wir sind ein bisschen zu langsam mit dem da unten dran. So komm, steig ein. Steig ein. So viel Spaß. Oh, ähm. Ah, hier geht's raus. Gut. Ich dachte, ich bin jetzt eingesperrt. Oh, ich wollte gerade nachladen. So viel Spaß damit. Oh, falsche Waffe. Wir könnten auch irgendwann mal wieder zum Waffenladen fahren und uns eine neue Waffe kaufen. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Okay, jetzt können wir gehen und diese Stimme bekommen? Nein. Jetzt gehen wir in ein Helikopter. Ein Helikopter? Sie können die Stimme halten. Ich muss triangulieren. Es ist genau das Problem. Ich muss die Stimme schützen. Sie sehen? Wir kommunikieren. Wo ist die Stimme? In front der Plante. Jetzt komm. Ich bin gleich tot. Ach, die macht das gerade schon. Nein, das wollte ich nicht. Ich verschwinde. Bist du drin? Du bist drin. Du bist nicht drin. Wo bist du? Du bist drin. Gut, das Fahrzeug ist gleich schrubbt. Aber das geht schon noch. Nur das Lenken liegt mir so gut. Und fliegen. Okay, wir müssen fliegen um die Umgebung, um das zu funktionieren. Mach nur was, was du machst, und ich will den Rest. Es ist einfach. Ich measure die... Schau, ich habe nicht gefragt, ob du hier eine verdammte Lernstunde hast. Genau. Ich habe es vergessen. Hast du noch nichts gefunden, Kinsey? Es gibt viele Kraftstoffe, die von diesem Ort kommen. Es ist schwer, dass es auf der Stimme zu bekommen. Nein, Scheiße. Es ist ein Kraftstoffplan. Nein, ich brauche mehr Zeit. Du hast es. Es ist gerade unter der Hauptkühlungstelle. Alles klar, lass uns gehen. Es ist nur du und du musst den schnell wegnehmen. Die Dekkers werden bereits verletzt, um sie von uns zu halten. Schnell weg? Ja, schau. Ja, schau. Da rein. Ob das gut geht? Wir werden es sehen. So. Naja. Ja. Wir leben noch. Wir haben fünf von diesen Sternen. Achso, wir sollen hier runter. Oh. Ja. Hä? Okay. Okay. Der Fallschirm hat so funktioniert. Aus der Höhe. Okay. Der ist tot. Jetzt geht er hoch. Ach. Nimm mal die Treppe. Ach. Was? Du bist doch noch einer. Nummer eins. Das ist deaktiviert. Nummer zwei auch. In wenigen Sekunden. Oh. Aua. 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 Das tut weh. Ich wollte ja noch nicht runter. Verschwinde. Und ich verschwinde auch mal kurz. Schminde. Verschwinde. Ja. Durch. Oh. Schockhammer. Und irgendwas anderes hat mir doch bekommen, oder? Achso, die Sachen können wir gar nicht behalten. Ach, diese Waffe haben wir... Ne, doch nicht. Ach da, die hier haben wir ausgetauscht. Aber wir nehmen jetzt mal den Schockhammer. Ach, man kann ja... Nur... Okay. Dann werden wir los. Also hier stehen viele. Und schnell abschalten. Schalt ab! Und ich verstecke mich mal kurz irgendwo. Hinter dem hier. Wo ist der Schockhammer? Da liegt der. Und verschwindet. Oh. Ups. Naja, man kann es immerhin noch abschalten. Und da hoch. Man kann mit dem nicht mehr springen, wenn man den in der Hand hat. Ich habe dich genau gesehen. Und du lebst ja noch. Immer noch. Immer noch. Doch nicht mehr. Hä? Aber die Karte unten links, die zeigt was anderes an. So. Ach, geschafft. 10.000 Pumpe mittlerweile für jede Mission. Wir haben nun das Atomkraftwerk freigeschaltet. Als Basis für uns. Gut, aber hier beende ich dann nun erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020